Die beiden gibt's nur im Doppelpack. Alles ist doppelt. Doppelt so schnell, doppelt so hektisch, doppelt so wild und doppelt gemoppelt. Wer die beiden bändigen will, verzweifelt. Nur in die Kamera. 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 Nur in die Kamera. Ohne zu springen. Kati und Rieke wissen noch nicht mal, wer die Ältere ist. Ist ihnen auch egal, wenn schon Zwilling, dann richtig. Bei dem Tempo ist ein Ruhepol wichtig, der Dritte im Bunde, Albertus. Sein Tante-Emma-Laden ist so etwas wie der Dorfmittelpunkt in Oberndorf. Hi, Herr Tempo. Hi, Kati. Hallo, Rieke. Dabei hat Oberndorf natürlich noch viel mehr zu bieten. Fluss, Gotteshaus, Schafe, was man auf dem Dorf so braucht. Und wenn in der Umgebung Moderhinke, Sommerreude oder Fleckfieber ausbrechen, sind die Zwillinge zur Stelle. Immer volle Pulle, immer unterwegs, immer im Doppelpack. Kann eigentlich nichts schief gehen. Eins, zwei, drei, vier. Gewinnen möchten wir. Fünf, sechs, sieben, acht. Oberndorf ist ne Macht.